Herr Dressler, kurze Frage, vielleicht irgendwann bekomme ich auch mal eine 90-Minuten-Show, wer weiß. Ich möchte schon mal vorbauen, was muss man machen? Wie wird man's? Man muss einfach drauf sein, in sein, drauf sein, gut aussehen. Und da sehe ich noch Schwarz. So, dann brechen wir hier ab. Dankeschön. Vielen Dank. Und er hat einfach jede Menge zu erzählen. Und es ist Holm Dressler. Das war der LKW auf Hinebiert, wie ihr sagt. Das war wirklich die Mutter aller Wetten. Top, die Wette gilt. Der LKW steht, liebe Zuschauer, auf 4-4-Gläfern. Also, das zeige ich. 50 Jahre Entertainment. Ich habe vor 50 Jahren mit dem Fernsehen begonnen und so einiges erlebt hinter den Kulissen des Showbusiness. Und davon will ich einige Highlights zeigen.